Kann extreme racial hatred strike a same nation twice? It's an uncomfortable question, one that German authorities are battling in the eastern state of Saxony. There, the number of neo-Nazi supporters stands at 25.000. Knapp 200 Delikte mit antisemitischem Hintergrund hat die Polizei im letzten Jahr registriert. Viele werden rechtsextremisten zugeschrieben, aber leider ist auch in einem Teil der muslimischen Community antisemitismus salonfähig. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Heute haben Rabbiner und Imame gezeigt, dass man doch sehr gut auch gemeinsam unterwegs sein kann. Both Islam and Judaism are increasingly under attack. That's why it's so important for us to send a strong signal against discrimination and radicalisation. Christoph Untertitelung des ZDF, 2020